Hallo ihr Lieben, heute machen wir den Boswan Overline Dance und Martin und ich zeigen es euch mal, wie es läuft. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, machen weiter, schräg vor, schräg vor, schräg rück, schräg rück, Side Rock Shuffle Lock, Side Rock Shuffle Lock, Seite schließt und Shuffle Step, Rocking Chair und Rocking Chair. Pivot halb rum, Shuffle, Pivot halb rum, vierte Drehung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 11, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 5, 6, 8, 9, 8, 1, 3, 4, 5, 6. Untertitelung des ZDF, 2020